Mahlzeit, ihr Schlawina, Brasas Noch mir mit, ne? Ja, Kaiser Franz Wer will Sherlock Holmes geben? Echtnamen Heißt ich Kaiser Franz in dem Spielen? Ich glaube, du willst ja überall Kaiser Franz Aber das ist ja dein Name, steht ja um Ausweisung, Kaiser Franz Also, ich klick heute die BB1 Ich, ein Flugzeug? Du klickst ein Flugzeug? Ich hab vier 7,62er MGs an Bord Und zwei 250 Kilo Bomben Im Prinzip, ich glaube, ich hab das Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding schon mal geflogen bin Habe ich schon mal ein Video gemacht darüber Ich hab keine Ahnung Ist auch nicht so wild, wir wollen hier ein bisschen Fun haben Und die Besten sind Die Besten Ein bisschen gierig, wir sind gierig nach Kehl Oh Scheiße Sechs Bodeneinheiten, Mehrfachschlag Ich bin gut Und ich werde schon gefolgt Aber ich hab ja einen Gutschein Ich müsste irgendwie zusehen, dass ich zu meinen Leuten komme Ich find die BB1 ist jedenfalls besser als diese SU-Dinger Und flieg mal zu dir Irgendwie, oder ich versuche irgendwas Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich was versuchen kann Dann geh mal hier nur irgendwas, um nicht zu verrecken Helps Hallo Was ist, was ist, was ist Ich flieg zu dir, ich brauch Hilfe Bist du Auf den Weg zu dir Ja, von wo? Du fliegst dich Ja Da bist du Ich hab so Zeugs hinter mir Ah, ich seh's Und ich will eigentlich vermeiden, dass ich mir, äh, das Heckbruder hier zu erschießen Gott, nerven die, ey Ey, ich hab da auch schon den Flagg abgeschossen Warum schießt es unseren Flagg hier die nicht ab? Ich hab wieder Bombenz Die sind immer noch hinter mir, ne? Wie die schmeißfliegen, ey Der will dich rammen Ja? Mhm Wollte er Ein bisschen schlecht nach hinten gucken hier Aber irgendwie ist er weg Irgendwie ist er weg Oh, jetzt sind ein paar Teile an mir vorbeigeflogen Ich glaube, der hatte sich nicht mehr unter Kontrolle Kolomontolle Ja, wenn man sich nicht mehr unter Kolomontolle hat Dann weg damit, ne? Ja Mach den weg Du bist jetzt sozusagen mein verlängerter Arm Ich kann den ablenken, aber ich Kann nicht sagen, dass ich Oh, nachladen Ach, das nervt, dieses Nachladen Ja, nachladen Jetzt ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Ja, aber der Guck mal, der Muss die Bomben loswerden, ey Ich mag hier ein bisschen Also muss ich wieder zu euch fliegen Ich bin ja da Jetzt habe ich zwei hinter mir Jetzt kann ich wieder schießen Ja, vielleicht Aber ein Wegschießen wäre cool Warte, fliegt hier kommen Ja Echt jetzt Ich bin nicht frech, ne? Was ist denn? Ich habe doch nur drum gebeten Mir vielleicht zu helfen, so gut es geht Ja, ich bin doch dabei Okay Ja, siehst du Der ist nicht mehr hinter dir Dankeschön Ja, bitte Aber ich habe jetzt Elche am Arsch Ja, siehst du, das ist der Teamwork Jetzt komme ich zurück Ja, und jetzt hat er mich Jetzt hat er mich, äh Ne, der hat gar nichts, weil ich mache ihn jetzt erstmal weg Ja, getrickst hat er mich Jo Und was war, wieso bist du schon weg? Ich könnte jetzt, was du mal sagen Aber du machst das nicht, weil du sehr nett bist Ah, nein, du hast mich gerammt, man Ja, sag ich doch Du bist Das sind so, es ist eine Stuka So den Gutschopfer baller ich nicht Wir haben ihn eh gleich gewohnt Stuka BB1, ja Das hat scheiße mit nur einem Heckschützen Ja, die BB1 ist so ein Pendant eigentlich zu Stuka sozusagen Mit nur einem Heckschützen Und eine relativ geringe Bombenlast Mission gewonnen Wir sind uns gleich wieder Hau rein Ne Da sind wir wieder Ich hab die höchste Bombenlast hier Mir ist aufgefallen höher als 250 Also 2,52er kann ich nicht ran, ne Hä? Fuck hier, ne Ah, ja Ja, mehr geht nicht Oh, schöne Wolken Kann ich nicht beurteilen Bei mir ist also so niedrig eingestellt Richtig schön Muss jetzt zusehen, dass hier irgendwie durchkommen Scheiße, gerade hier, wo nicht so viele Bodenanheiten sind, bin ich jetzt unterwegs Das ist natürlich ein bisschen blöd Die fliege ich sehr niedrig Scheiße Und werde schon brutals verfolgt Ich glaube, ich habe einen ganzen Schwarm von Gegnern an mir Könne ich mir gut vorstellen Ich sehe dich nicht Das ist irgendwie Alter, es sind so viele hinter mir, echt Ja Du fliegst gerade an mir vorbei Mehr oder weniger Ja, ich will mich auch ein bisschen retten Okay, ja, die Gladiator, die dich verfolgt hat, ist weg Ich bin irgendein anderer dazu Scheiße, ich komme nicht weg Gut, ich bin ja da Aber der ist so schnell Alter, wieso ist er so schnell? Ich kann so nicht Okay Kann nicht Ich sehe nur Kugelhagel, echt Das ist nicht mehr normal Ja, von jeder Seite Ja Also der hat jetzt aufgegeben Jetzt ist ein anderer hinter dir Hm Den habe ich getroffen, irgendwie Vielleicht wollen die ein Autogramm Ich habe irgendwie einen Öltank von denen Den Öltank von denen Aber ich, äh, oh, 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 ich gehe runter Der hat noch einen Kill Ja, toll, bringt mir nix Scheiße Aber ich dachte, ich bombe mich weg, ne? Ist aber nicht der Fall gewesen Wir sind nicht schon mit diesen F3 hier unterwegs Und der hat auch voll, ne? Hm So, aber ich kann ja nochmal rein Wir verlieren Trotzdem rückt mich dort auf Wie läuft's bei dir? Ja Ich flieg hier noch Und ich hab, äh Jetzt eben was abbekommen Also, okay Und hab gewartet, bis der nachlädt Weil der braucht ja ein bisschen länger zum Nachladen Hm Ja, das musst du natürlich abpassen Also, du musst die Flugzeuge schon so ein bisschen kennenlernen, ne? Und dann auch Äh, wissen, wie lange du brauchst Ach ja, Nachladezeit zum Beispiel Hörst du auch skillen, ne? Mhm Und die bisschen schneller nachladen Eigentlich will ich jetzt den Typen killen, der mich gekillt hat Aber dann denke ich mir Hm Kommt mal wieder in Situationen, die Wo man vielleicht schlecht rauskommt, ne? Hm Aber immerhin, da fliegt eine Nimrod Oh, 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 oh Ne, ich flieg mal hier rüber Zick Lade doch nach, mein Gott So Pew Ich hab schon wieder geknattert hier vom Gegner her Ah Key fliegt auf mich zu Nein Puh Ich hasse es immer, wenn sie mich mit ihren Scheiß-Doppeldecker versuchen zu rammen, ne? Ich hab den zerstört, den Motherfucker Motherfucker Puh Und ob ich hab fucker gesagt, alter Ja, ich hab doch, hab ich Ich hab doch nichts anderes gesagt, ja, ich weiß, du hast Motherfucker gesagt Ja, hab ich Wieso? Ich find ich gut Wieso? Oh Wieso, 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 wieso Was denn wieso? Ich werde schon wieder verfolgt hier Wo bist du? Da, wo du nicht bist Da hast du recht Man schießt auf mich Ja, auf mich irgendwie auch Ich bin verletzt Soll ich ein Pflaster, ich komm vorbei, ich bringe ein Pflaster mit Ja, bitte Aber ich glaub, ich geh gleich wieder runter hier Jupp Sieht echt nicht gut aus Wie er mich gerammt hat, dieses Stück Scheiße Also ganz im Ernst, du kennst mich, ne? Mhm Du schreibst ihn an Ich werd mal fragen, wieso geht's Du, Rama Bumm Bumm Schöne Grüße, ne? Ja, ich hab mich geschrieben, uns geht's gut Äh, danke, dass du fragst Wir vermissen dich auch Mhm Ähm Ich hoffe, der Baum ist bald am Baum Ja Genau so, so hab ich mir das gedacht Stuka Schein mit dir Ja, mit der BB-1 ist schwierig Also wenn du natürlich schon öfter die SB-2M geflogen bist, ne? Der ist natürlich schon geiler, weil die halt einfach besser schießen, finde ich Aber gut, das ist ein Bomber und das andere, äh, die BB-1 ist halt, als Schlafflugzeug, mit Bombenlast, oder wie ein Blenheim-Bomber Na, ich versuche mal den Brennheim irgendwie hier Aber bei uns sieht's gut aus, ne? Sieht gut aus Mhm Gibt ja nur vier Wohnen anhalten Hier lässt mich auch mal was abwegbomben hier Ja, ich will ja auch mal was wegmachen hier Ach, dieses Geräusch, dieses Geräusch, ne? Ich glaub mal nicht, dass sie die Bohnen anhalten sehen Oh, ich hab's gerade durch den Kopfhörer gehört Ja? Ja Klingt wie eine Katze, die, äh, lange am Schorn gezogen wird Hm So, ich hab's Schönes Ich hab schon wieder irgendwelche Personen hinter mir Das nervt Wo sind denn hier jetzt eigentlich noch den Boden einhalten? Ach, so gibt's ja keine mehr Weeey! Jetzt noch aufhalten? Da schließt noch einer auf mich Ja, hör auf mich auf! Die Dinger sich so gut stundenfucker Ja, das war's, äh, zwei Pfannenrunden Dann haben wir BB1, äh, generell Kaiser Franz war mit bei Ja, ein Stücker Wir haben wieder, äh, sehr intelligente Sachen von uns gegeben Danke fürs Zuschauen, äh, viel Spaß beim Abonnieren Äh, was? Viel Spaß beim Abonnieren Ja, abonniert einfach und, ne? Sonst, tut euch ja nicht weh Kostet ja nix, ne? Also, viel Spaß beim Zocken Ja, also, dann bis zum nächsten Video Ja, genau Ciao, ciao, tschüss! Tschüss! Ciao, tschüss!